wenn du direkt zu dieses kaufst aber es werden sogar so genug Leute vorher streamen weil die wahrscheinlich Premium Edition kaufen aber Booster Pack ich weiß nicht was ich davon halten soll ist das so ein Online Spiel jetzt hätte ich gerade nochmal gucken können nochmal schauen Einzelspieler weil die da mit Booster Pack naja mal gucken wie das so wird bin ich mal gespannt ich werde das wohl eher als YouTube Projekt machen das heißt so alles bei technisch damit ich kann das spoilern und Backseat Gaming kann ja ja sag ich ja das bei technisch hast du denn jetzt deine Diablo Folgen eingeplant auch schon wieder ach Junge das ist doch echt lächerlich jetzt muss ich schon wieder darüber also ich mache gerade nichts anderes außer da rüber laufen mein Pferd braucht nicht mal eine Karte das kennt das war die Tage faul kann ich mir gar nicht leisten faul zu sein ich würde auch mal gerne faul sein aber naja muss ich erst noch schneiden einmal das und dass ich das genießen kann ja das ist auch wichtig also ich überlege es mir bis dahin noch weil wir haben jetzt noch Juli August dann kommt halt September und wie gesagt wir haben halt das Assassin's Creed Projekt dann noch im September ne das haben wir dann halt auch noch deswegen weiß ich noch nicht ob es so Sinn macht das mit rein zu nehmen aber wir schauen mal Timber ist noch einiges was da kommen könnte deswegen mal schauen so ich mache mir mal immer voll hier faul heißt in dem Sinne jetzt weil du dich geschnitten hast ne aber wie viel hast du denn aufgenommen wie weit bist du mit der Story 15 Minuten hält die Verkleidung die tun mir auch nichts wo muss ich denn da hin da hoch hab drei Freunden aufgenommen okay gut was heißt faul ist weil die letzten Tage auch so warm da ist ja bei dir eh mal dann vielleicht Sauna in der Bude deswegen das ist ja eh dann eine andere Geschichte dann hat man ja keine Lust dementsprechend dann aufzunehmen ach ja also nicht so weit ja also tu dir die Ruhe an also wirklich tu dir da die Ruhe an nimm alle eine Mission mit die du kriegen kannst also ich werde es jetzt nicht nochmal nachträglich machen ähm ich werde halt jetzt durch mit dem Spiel und es sind echt schöne Quests dabei also das muss ich dem Spiel echt lassen das sind echt geile storytechnische Quests dabei auch die Kampagne an sich hat mir sehr 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 gut gefallen sogar so und jetzt hier wo muss ich jetzt hier hin mit dem Spiel und wieder zurücklaufen, yeah, kann ich eigentlich aufmachen, okay, mach das, ich will aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange machen, mal eine halbe Stunde noch, also spätestens 8 Uhr werde ich dann auch aufhören, dann auch schneiden und sowas, deswegen allzu lange kann ich da heute nicht machen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir haben Level 76 erreicht. Das hat jetzt wie lange gedauert? Halbe Ewigkeit. So, wo geht's denn jetzt? In Hollen der Fjord? Ne, da sind wir schon soweit durch. Burg Siegeswahl können wir drüber fliegen. Wo ist denn der Burg Siegeswahl? Ich wollte eigentlich den Fliegen hier, den kann ich fliegen. Unser Burg Siegeswahl, ich will nicht einmal darüber. Ich muss auch nur noch da langer anlaufen, fängt mal da an. Das war beschlossen, was habe ich hier? Da habe ich auch noch genau das Herz des Uralten. Ich spreche mit dem Hexen-Doktor. Wo ist die denn hier? Wie cool Druck ist das? Ich spreche mit dem Hexen-Doktor. Äh, hier ist die. Wir sind 76. Hat auch echt lange gedauert. Wir haben so ein beschissenes Gier einfach. Naja, was willst du machen? Das ist ja ein bisschen größer. Da ist es. muss ich jetzt hier hin in die Richtung ja genau braucht man nicht machen dafür sind wir zu wenigen vorsichtig vorsichtig geht in Frieden Möge die ewige Sonne euch bescheinen Geht in Frieden Möge die ewige Sonne euch bescheinen War für 74 die Quest Führ die Horde Aber ist egal und dann wird trotzdem mit Jetzt habe ich hier die Quest Kann classic immer so ein bisschen unübersichtlich muss ich sagen Was habe ich denn hier noch Ehrenringe Jaja das ist halt Ja Führungsaktion ist auch nicht so mein Ding Vor allem ich muss jetzt von hier aus da hinten rüber Ach das ist so dämlich Das gefühlt irgendwie einen halben Meter weit weg Da müsste man auch noch rennen Das jetzt überhalten Gucken wir mal auf wir das hinkriegen Jetzt haben wir noch einen neuen Punkt Na was sind wir denn überhaupt Ja Ja 76 sind wir noch 4 Level haben wir vor uns und haben wir es endlich geschafft Der erste endlich Level 80 Der erste und letzte in dem Fall Jetzt ist also bis 8 Uhr machen wir es noch circa Und dann hören wir auch wieder auf Dann müssen wir noch stahlen und umplanen Oh So Kann ich hier einfach rein laufen ohne dass Dass ich hier PVP angehen Ja Oh Ganz Schlechte IDEE Ganz Schlechte Idee Äh äh ja sowas von hier aus ich musste weiter das ist auch mitten in diesem gebiet ist es ist total doof ich will ja eigentlich gar kein pvp machen hier hat auch gar kein interesse dran wo soll das denn jetzt hier sein soll das da oben sein oder ist das hier auf den dingern drauf da liegt was ein verzweifelte mojo mojo mann wo bekomme ich jetzt das mojo her und hau ab hier will ich nicht angreifen so dass ich da runterkomme jetzt pvp an so muss ich jetzt ach hier muss ich wahrscheinlich das mojo dann sammeln so so es hat die ganzen Viecher hier darüber jetzt weiß ich nicht wen habe ich jetzt noch nicht gelootet, ne die habe ich alle gelootet, in wem bekomme ich die denn hier? die kann ich abbrechen weil die kann ich nicht machen ich glaube könnten wir noch mal probieren das ist drachenöde ja da das können wir auch uns schenken das ist fertig nein 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 das nicht so verbockst meine herzen in euren händen verteidigern das sind die hier warum haben wir gar nicht alle elixiere dabei man macht das jetzt so viel aus ob ich jetzt Blutauror nehmen oder die? das ist ähnlich gewesen hier das ist einfach mal im 74 geworden ok von denen habe ich hier nichts aber die laufen alle rum deswegen ist das eigentlich okay aber ich merke jetzt auch nicht dass ich mich irgendwie heile oder sowas wie die einfach das Mojo nicht trauen letzter, verletzter, verletzter, was wollt ihr? und die verteidiger und die verteidiger öh, käää要 Ehm... absolutely ähm... Doktor, Verletzter, Verletzter. Darf ich die auch noch suchen oder was? Das ist doch gar nicht. Wie sieht denn das hier oben aus? Nichts. Was soll denn noch so von den Sachen? Könnte man zum Beispiel auch nehmen. Sieht so komisch aus. Ratebar. Und auch eine... Aber bei dem fertig. Da ist ein Verteidiger. Also wie gesagt, ich merke jetzt nicht, dass ich dadurch mehr... Oh, ich habe ein verzweifeltes Mojo. Brauche ich nur eins? Habe ich... Ne, ich brauche da... Warte mal. War das jetzt doch drei? Ähm... Hättet sich in euren Händen, dann... Wieder mal nur... Ach, fünf. Fünf, 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 fünf. Okay. Aber ich bekomme das ja nur von den... Dingens-Typen hier. Der Verteidiger, dann muss ich die mal suchen, ob die irgendwo hier sind. Es war so klar, dass du hier noch angreifst, wie... Das wusste ich schon vorher. Sind sie denn? Also, dass du die beiden hier hast, das ist aber so nicht viel. So, jetzt habe ich schon mal zwei. Wo ist der Rest hier? Das ist doof, dass du hier das nicht auf der Karte hast. Da sind wir schon bei drei. Alter, wo kommt die hier? Wer ist da der Herr? Ich habe ein bisschen Amo gezogen, glaube ich. Hä? Ja, so ungefähr. Wer Pulte stirbt. Ja, ja, ich vergesse, ich muss ja alle einzeln looten. Hier Stück. Ja, durch den Trank und durch die CDs habe ich das hingekriegt. Das ist richtig. Aber wir haben das doch auch geschafft. Gut. Aber ich muss ja nicht ein paar Sascha was kostenlos. es droppt wieder nix ach die verteidigung sich das meins aber eher hier geblieben auf dem motto mann der mojo endlich da soll man machen ruinen heiliges mojo stimme aus dem staub erst mal gucken wo ist denn jetzt eine quest hier stimme aus dem staub bekommt aber auch keine vernünftigen sachen einfach nur so ist und jetzt aber dahinten allianz gebiet schuliere Untertitelung. BR 2018 Markus Ich muss ihn mal irgendwo in die Ecke stellen, wo ich Schutz habe. Ach, war so klar. Nicht mal in der Ecke hast du da eine Ruhe. Ach, geht gar nicht. Fuck. Cool. Habe ich da? Tafeln der Daktari. Ja, ja. Ich muss ihn mal in der Ecke stellen. So, looten muss ich nicht noch. Ich brauche noch heiliges Mojo, Mann. So, wo kommst du noch mal? So, wo habe ich denn jetzt von dem Zeug? Eins erst. Was? Das ist jetzt aber nicht so schön. Irgendwas hier an den Taschen, die ich auch machen kann? Nö. Halt den jetzt hier mehr. So, dann schauen wir doch mal. Eine Tafeln soll ich hier besorgen? Dipp, 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 dipp. Eine Tafeln muss ich besorgen. Die Quest hier haben wir schon gemacht. Wo ist mein Ghoul? Bleib cool. Das ist mein Ghoul. Ich weiß, der Spruch war nicht so der Burner. Ach ja. Ich weiß, der Spruch war nicht so der Burner. Halt den still, ich weiß. Hä? Oh, du hast noch das Mojo. Mit der Mojo, Mann. Ach ja, so ist das immer. Ge weg du Schlange, ich habe keine Zeit für dich. Meine Zeit ist kostbar und wertvoll, die habe ich jetzt nicht für dich. So, wir brauchen Mojo, wir brauchen schon wieder fünf Stück, ne? Ne, doch, jetzt mal, hey, wenn wir zum Apfel zurückkehren. Ja, ich habe hier doch hier. Oh. 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 Noch kein Mojo. Gut, hast du Mojo? Gib mir dein Mojo. jetzt habe ich drei ich brauche noch zwei du bleib auch mal her hier machen auf meter video mojo hier als euch noch 1 brauche ich noch 4 und 5, aber ich glaube die Endquests können besser so nicht machen, weil die irgendein Dungeon ist und da gehen wir momentan nicht rein. Gibt es den Dungeon-Bowser eigentlich schon? Nö. Die werden es auch gar nicht machen. Also nicht in der Form, die es jetzt gibt. Guck mal, ich trinke dein Mojo. Oh, du näherst gerade. Was immer denn so schön ist hier? Äh, unheilig 32%, das ist wegen Rüstungsfürcht, wahrscheinlich, ne? Seid vorsichtig. Ich glaube, das müsste nicht sein. Der Dungeon jetzt sein, ne? Draktaron müsste Dungeon sein. Ja, sag ich doch. Ja. Das kann man dann leider nicht machen. Dann war es das hier mit der Quest-Reihe. Schade eigentlich. Gut, habe ich hier sonst noch irgendwas? Ich habe jetzt hier noch die, die, die... Gut, also wahnsinnigen Fellbergs. Ja, dann würde ich jetzt, ähm, hier die Aufnahme dann ausmachen und würde dann gucken, dass ich nach da da rankomme. Gibt es da eigentlich einen Flugpunkt hin? Nö, ne? Ich kann da ja nicht hinfliegen. Weil ich das weiß. Das heißt, ich muss da hinreiten. Oh, das dauert aber ewig dran. Ja, dann machen wir das so. Ja.